Ja, die Apple Brille ist da. Vision Pro heißt sie. 3500 Dollar kostet sie, wenn sie denn nächstes Jahr kommt. Ich habe mir die Präsentation da im Café Mac angeschaut, zusammen mit allen Entwicklern und Journalisten. Jetzt bin ich hier weiter in Steve Jobs Theater, dieser Raum hier. Und da hinten ist die Brille. Unglaubliches Gedränge, man darf sie nicht anfassen, man kann sie nicht aufsetzen, man kann sie nur anschauen und bestaunen. Ja, das Textil sieht toll aus, aber da kann man jetzt wirklich noch nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Ich bin ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen hin und her gerissen nach dieser Keynote. Einerseits beispielsweise diese Apps, die man sich in der Wohnung platzieren kann und damit arbeiten, das macht große Laune. Also da habe ich mich schon gesehen, das Ding kaufen. Und was es ein bisschen schwierig macht, sind so die Demos, die sie gezeigt haben. Meistens ist man alleine. Wenn man alleine ist, wirkt es wirklich unglaublich cool. Da macht wirklich Spaß das Ding. Aber wenn dann andere Leute da sind, da haben sie die eine Demo gezeigt, wo ein Vater seine Kinder filmt, weil das Ding ja eine 3D-Kamera drin hat und der filmt seine Kinder mit der Brille. Und man sieht dann so seine Augen durchschimmern auf diesem Außendisplay der Brille. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen uncanny valley und ein bisschen spooky und wie sagt man das auf Deutsch? Ein bisschen unheimlich hat es gewirkt, ein bisschen seltsam und unvertraut. Aber da müssen wir uns natürlich erst mal dran gewöhnen. Und Apple hat ja auch noch Zeit. Die Brille kommt ja erst nächstes Jahr in den USA erst mal auf den Markt. Bis sie bei uns ist, dauert es auch noch mal ein ganzes Weilchen. Also da kann man sich schon noch gedulden. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich da noch vielleicht ein bisschen mehr davon sehe oder ob ich sie vielleicht aufsetzen kann. Ist aber hier nicht möglich. Hier im Gedränge, da darf man sich nur mal anschauen. Aber das war logisch, das war zu erwarten. Du willst nicht, dass Leute da diese Brille in diesem Gedränge aufsetzen, schnell reingucken und wieder weggehen. Leute brauchen Zeit, um so eine Brille auszuprobieren und das kann man hier nicht machen. Das zeigen sie sicher nachher noch. Die Frage ist, wem und ob ich da auch dabei bin. Wenn wir alles rausfinden. Aber ich dachte, wir machen mal ganz schnell einen ersten Turbo-Eindruck hier auf YouTube. Mal nicht in Shorts. Ich habe ja schon ein paar Shorts gemacht zu allem, aber nein, mal wieder ein richtiges YouTube-Video, auch wenn es unter fünf Minuten bleibt. Aber das ist mal so der erste, erste flüchtige Eindruck zu dieser Brille. Was, oh doch, etwas muss ich noch anfügen, was ich unglaublich spannend finde, ist halt das Augentracking mit Infrarot. Das habe ich ja in der Canon-Fotokamera mal ausprobiert. Das ist schon spannend. Man guckt einfach da drauf hin, was man gerne hätte und dann machen wir mit dem Fingerschnipp und man hat's. Sie haben auch keinen Controller vorgestellt, wie ich mir vorgestellt habe. Da bin ich sehr froh, weil man muss das wirklich mit den Händen bedienen können und es sieht so aus, als ginge das. Aber ich gehe jetzt da mal weiter rumgucken und herausfinden und melde mich dann wieder mit einem ausführlichen Video und nicht an diesem, ja, fast Shorts-Video hier aus der Henson-Area und dem Gedränge. Falls das Video gefallen hat, unbedingt Daumen nach oben, Abo abschließen, falls es Mist war, Daumen nach unten. Falls ihr Fragen habt, immer in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns ja schon sehr bald wieder. Gibt sicher noch das eine oder andere Video hier. Von den Macs haben wir noch gar nicht gesprochen, aber es kommt alles noch.